Wie ich meine Stimmen verloren hab. Hier ist die Story, wie ich meine Stimmen verloren hab. Hier ist die Story, wie ich meine Stimmen verloren habe. 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 Wie ich meine Stimmen verloren habe. Die Story, wie ich meine Stimmen verloren habe. Ich stand also insgesamt zwei oder drei Stunden vor dem Club und hab auf meine Freunde gewartet, bis sie mit meiner Jacke rausgekommen sind. Und dabei habe ich meine Stimmen, wie ich meine Stimmen verloren habe. Und dabei habe ich mich so dermaßen ergänzt, dass ich meine Stimmen verloren habe. Und dabei habe ich mich so dermaßen ergältet, dass ich meine Stimme verloren hab. Wegen einer wunderschönen Frau. Aber ich kann euch sagen, die Frau war es wert. Auch wenn ich sie nie wieder gesehen habe. Auch wenn ich sie nie wieder gesehen habe. guiltiert mir ab. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018